Sehr geehrter Herr Vorsitzender, verehrte Damen und Herren, ich finde es sehr bedauerlich, dass unsere Resolution Terrorverurteilen gemeinsam für Menschlichkeit einstehen von der Mehrheit dieses Parlaments abgelehnt wurde. Das zeigt uns, dass es einigen Parteien hier nicht wirklich um das Thema geht, sondern um Profilierung der eigenen Ideologie. Das finde ich sehr traurig. Übrigens, Herr Ritter, ich habe Ihre Rede gehört, ich musste kurz raus. Sie haben mir unterstellt, beziehungsweise Sie haben unterstellt, dass diese Demonstration irgendwie nicht im Namen des Friedens war. Das Plakat wurde verteilt bundesweit, da steht Kundgebung für Frieden, Gerechtigkeit im Nahen Osten. Und ich war einer der Gastredner, eingeladen von der palästinensischen Gemeinde Hessen. Und diese Veranstaltung hat circa drei Stunden gedauert. Es waren um die 1500 Menschen. Die Presse hat ausgiebig berichtet, auch meinen Namen erwähnt und durchweg auch positive Sachen erwähnt. Und der Einsatzleiter hat sich sogar persönlich bedankt, meinte, das wäre eines der friedlichsten Kundgebungen. Es war keine Demonstration. Und Frankfurt hat gezeigt, dass es geht. Und es waren überwiegend eben auch Palästinenser und auch friedliebende Menschen, die aus Frankfurt stammen. Deswegen Ihre Anschuldigung muss ich hiermit zurückweisen. Ja, wie aus unserer Resolution hervorgeht, darf das Existenzrecht Israels nicht infrage gestellt werden. Wir wären aber nicht aufrichtig und ehrlich, wenn wir nicht gleichermaßen das Existenz- und Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes anerkennen. Diesbezüglich möchte ich auf die Resolution der UN-Generalversammlung 77 208 vom 15.12.2022 verweisen. Wir machen keinen Unterschied zwischen den Opfern. Es gibt keine Zweiklassenopfer. Wir sagen nicht, Palästinenser sind weniger wert als Juden oder Israelis oder umgekehrt, sondern wir sagen, es sind dort Menschen gestorben. Und wir wollen das auch beziffern. Die terroristischen Angriffe der Hamas vom 7. Oktober 2023, bei welchen rund 1.400 israelische Todesopfer und mehr als 5.400 Verletzte in Israel verzeichnet wurden, darunter unzählige unschuldige Zivilisten sind durch nicht zu rechtfertigen und werden von uns in aller Schärfe verurteilt. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist die überwiegende Meinung der Frankfurter und der Muslime, die auch in dieser Stadt leben. Viele haben diesen Terrorangriff verurteilt. Viele haben Pressemitteilungen rausgegeben. Viele islamische Organisationen haben sich positioniert, obwohl das kein Religionskrieg ist. Es ist eine politische Auseinandersetzung seit 75 Jahren und es ist auch keine antisemitische Auseinandersetzung. Ich möchte hier eine Begrifflichkeit klarstellen. Ich persönlich habe türkische Vorfahren und auch von mütterlicherseits arabische Vorfahren, die irgendwann im Mittelalter nach in den Iran ausgewandert sind. Das heißt, ein Teil Opaseits kommt aus dem Iran. Und ich bin Muslim und der Islam ist eine semitische Religion. Der Koran hat eine semitische Sprache, so wie die Sprache der Tora, so wie die ursprüngliche Sprache des Bibels. Und der Antisemitismus war niemals ein islamisches Problem, zumindest nicht bis 1948 respektive 1967. Der Antisemitismus war immer ein westliches Problem, immer ein europäisches Problem. Ich will nur geschichtlich Sie ein Folgendes erinnern. Und unsere jüdischen Freunde wissen das sehr gut. Als Palästina im siebten Jahrhundert von den Arabern erobert wurde, dann haben Christen, Muslime, Juden über zwölfhundert Jahre friedlich miteinander gelebt. Dann wurde Palästina erobert 1517 von den muslimischen Osmanen. 400 Jahre haben Muslime, Juden, Christen in Frieden miteinander gelebt. Aber ich will noch mal zurück zur Geschichte gehen, und zwar in die europäische Geschichte. 711 haben die arabischen Muslime Andalusien in Spanien erobert. Wie lange waren sie dort? 711 bis 1492, als die christlichen katholischen Spanier die Juden aufgefordert haben, entweder zu konvertieren oder man ihnen angedroht hat, übrigens auch den Muslimen natürlich, sie umzubringen. Und es war der osmanische Sultan, der 1492 Schiffe nach Andalusien geschickt hat und Juden ins Osmanische Reich geholt hat. Und 400 Jahre haben die Juden im Osmanischen Reich friedlich gelebt, mit Christen, mit Christen, Muslimen und natürlich Juden. Und 800 Jahre europäische Geschichte in Andalusien dürfen wir auch nicht vergessen. Das war die Blütezeit des Judentums. Denken wir an die ganzen großen Philosophen Andalusiens, die sozusagen in einem Disput standen, in einem positiven Disput. So, deswegen den Antisemitismus den Muslimen zu unterstellen, das ist mehr als Geschichtsfälschung. Deswegen müssen wir das zurückweisen. Natürlich gibt es ein Problem seit der Besatzung vieler Gebiete der Palästinenser, darüber möchte ich auch reden, dass Menschen sich natürlich aufregen und sagen, wie kann es sein, dass in unser Haus eingedrungen wird und es hört nicht auf mit der Besatzung. Und dass dann natürlich ein gewisser Hass entsteht, das ist zwar nicht zu rechtfertigen, aber vom Verständnis her können wir das nicht auseinanderhalten. Ich rechtfertige das nicht. Ich rechtfertige auch nicht den Hass der Jugendlichen, die sozusagen auf die Straßen gehen und irgendwelche Parolen von sich geben, irgendwie anti-israelische, anti-jüdische. Nochmal, es ist nicht der Geist des Islam oder irgendwie des Arabischseins, weil die Geschichte sagt was ganz anderes. Im Gegenzug gab es mehrere Pogrome, mehrere Vernichtungen gegenüber den Juden in Europa. Und ich brauche uns nicht an unsere Geschichte in Deutschland zu erinnern. Und die Gründung des Staates Israel steht in einem sehr direkten Zusammenhang übrigens damit, mit der Shoah. Deswegen ist unsere besondere Verantwortung nicht nur gegenüber unseren israelischen Freunden, unseren jüdischen Freunden gegenüber, sondern auch den Palästinensern gegenüber, weil sie leiden genauso unter der Situation. Natürlich verurteilen wir auch die Geiselnahme der etwa 200 israelischen Geiseln, insbesondere der Zivilisten und fordern in diesem Zusammenhang die sofortige Freilassung der Geiseln, die sich seit dem 7. Oktober in der Gewalt der Hamas befinden. Aber wir blicken auch mit Sorge auf die humanitäre Katastrophe in Gaza. Da sind Gegenschläge des israelischen Militärs gegen die Hamas. Mehr als 9.000 Palästinenserinnen und Palästinenser sind getötet. Davon 3.760 Kinder und Jugendliche sowie 2.326 Frauen. Mehr als 32.000 Menschen wurden verletzt. Unter uns ist jemand, der aus Fechenheim kommt, ein Frankfurter, der sitzt auch oben, Herr Hassan Al-Sanin. Alleine 30 Personen aus seiner Familie wurden getötet. 18 dieser Personen sind Kinder unter zwölf Jahren. Die israelische Armee hat seit dem 7. Oktober in den letzten 27 Tagen 18.000 Tonnen Bomben auf den Gazastreifen abgeworfen. Das entspricht etwa der anderthalbfachen Sprengkraft der Atombombe, die im Zweiten Weltkrieg auf Hiroshima in Japan abgeworfen wurde. Dadurch sind in Gaza 47 Moscheen, zerstört drei Kirchen schwer beschädigt. Durch die Angriffe wurden mehr als 200.000 Gebäude beschädigt, von denen 32.500 Unbewohner geworden sind. Das UN-Kinderhilfe UNICEF fordert, das Töten und die Gefangenschaft von Kindern muss aufhören. Kinder sind kein Ziel. Was als Selbstverteidigungskrieg Israels angefangen hat, wofür viele Verständnis hatten in den ersten Tagen, viele, weil sie gesagt haben, das kann nicht sein, das ist ein brutaler Mord, was an Zivilisten ausgeübt wurde, artet seit Tagen zum völkerrechtswidrigen Massenmord an unschuldigen Zivilisten aus. So wie wir mit unseren israelischen Freunden uns solidarisieren, so dürfen wir als Frankfurterinnen und Frankfurter auch nicht da wegschauen. Palästinenserinnen und Palästinenser sind auch Menschen und haben ein Recht auf Leben und Schutz und es gibt keine Zweiklassenopfer. Herr Yildiz, ich darf Sie kurz mal unterbrechen. Ich möchte Sie bitten, auf der Zuschauertribüne sind Beifahrskundgebungen nicht erlaubt in diesem Haus. Es darf weder Rassismus gegen Juden und Israelis noch gegen Muslime und Palästinenser geben in unserem Land. Gemeinsam mit vielen internationalen Akteuren fordern auch wir, die politisch und militärisch verantwortlichen Israel dazu auf, die Standards von Menschlichkeit und internationalem Völkerrecht einzuhalten, die zivile Bevölkerung durch Schutzmaßnahmen zu verschonen und humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Dass sich eine deutsche Außenministerin vor einigen Tagen gegen eine von der internationalen Gemeinschaft geforderten humanitären Feuerpause gestellt hat, ist eine Art Beihilfe zum Mord an Zivilisten. Die Menschen in Gaza bräuchten Wasser, Medizin, Sprit und wollten wenigstens sein. Das ist Ihre Totenberg. Das wurde Ihnen verwehrt. Da muss man fragen, wo bleibt Ihre Menschlichkeit der Anstatt der Bundesregierung. Herr Vorsitzender, liebe Kollegen, gut, dass einige rausgehen. Dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe hier im Raum. Ich freue mich, dass sozusagen die Dinge bleiben, die sich auch die Wahrheit anhören können. Jetzt ist der Herr Josef nicht da, der Oberbürgermeister, der hat vieles unterstellt. Ach, da ist er ja wunderbar. Da freut mich. Sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, was Sie für ein Problem haben, Herr Josef, wenn Sie mir Dinge unterstellen, die ich gar nicht gesagt habe. Ich habe am Anfang ausdrücklich den Terror von Hamas verurteilt, im Namen auch unserer Fraktion. Ich habe ausdrücklich gesagt, dass die Geiseln freigelassen werden müssen. Ich habe ausdrücklich zum Existenzrecht und Selbstverteidigungsrecht Israels gesprochen und dass das auch eine Selbstverständlichkeit ist. Und ich kann auch, und das ist, was ich auch ernst meine, und schade, dass die Frau Kornke auch nicht da ist, dass ich gesagt habe, jedes Leben muss geschützt werden. Und wenn jüdische Menschen in unserem Land, in unserer Stadt Angst haben, dann ist das nicht in Ordnung. Dann ist das nicht etwas, was wir dulden sollten, weder als Muslime, Christen, Atheisten oder sonst wer. Und deswegen, ich verstehe nicht, was Sie mir alles unterstellen wollten, aber nochmal zurück zur Resolution. Bei der Resolution, und Sie wissen, drei Viertel der Völkergemeinschaft hat dieser Resolution zugestimmt. Darunter auch Spanien und Frankreich. Ja, Länder, europäische Länder. Das heißt, Ihre Meinung ist nicht die allgemein gültige. Es ging bei der Resolution nicht hauptsächlich darum, Hamas zu verurteilen. Richtig. Das wurde weggelassen. Es ging nur darum, den Menschen in Gaza ein bisschen Pause zu geben, damit sie ihre Toten bergen können. Wissen Sie, was die Eltern gemacht haben? Sie haben die Namen ihrer Kinder auf die Arme und Beine geschrieben, damit sie die zerfetzten Leichen dann identifizieren können. Und mehr wollten sie nicht. Sie wollten ihre Leichen bergen. Sie wollten einfach auch versuchen, irgendwie aus dieser Situation rauszukommen, zu flüchten oder sonst was. Und als Frau Baerbock diese Resolution verhindert hat, waren vielleicht 4.500 Menschen erst getötet. Und danach waren es 9.000 Menschen. Heute sind es 9.000 Menschen. Und wenn Sie dann sagen, eine humanitäre Feuerpause wäre irgendwie Selbstverteidigungsrecht Israels, dann verstehe ich hier die Reden nicht, wenn man sagt, ja, man darf ruhig Israelkritik üben. Aber irgendwie ist das auch Antisemitismus. Entschuldigung, man muss doch mal trennen können zwischen Israel. Ja doch, einige haben es gesagt. Einige haben es gesagt. Ja, man muss doch hier unterscheiden können zwischen Israelis, die friedlich sind. Und Sie haben es ja selber gesagt. Und viele Israelis, viele Juden. Und nicht alle Israelis sind übrigens Juden. Es gibt auch viele muslimische Israelis, die also die Staatsbürgerschaft Israels haben. Ja, viele Menschen protestieren gegen die Haltung ihrer Regierung. Ich verurteile Hamas. Sind Sie, haben Sie den Mut und sind Sie ehrlich, auch diesen Angriff der israelischen Armee, was sozusagen nicht mehr mit irgendeiner Selbstverteidigung zu tun hat, sondern Vernichtung eines Volkes dort. Wir haben heute 9000 Menschen drin gestorben. Morgen werden es vielleicht 20.000 Menschen sein. Haben Sie den Mut, das zu verurteilen? Einfach zu sagen, einfach zu sagen, ja, uns tut es leid. Entschuldigung, darum geht es doch nicht. Es geht doch nicht darum, zu sagen, wer hat... Entschuldigung, Entschuldigung. Die Hamas ist verantwortlich für die Tötung von Zivilisten. Das ist richtig. Das verurteile ich. Und da mache ich auch einen Punkt. Und da sage ich auch nicht aber. Da sage ich überhaupt nicht aber. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt aber. Und es ging auch gar nicht bei dieser ganzen Rede, und das wollte ich auch gar nicht, sondern einfach diese, ich finde das eine Heuchelei, zu sagen, ja, die armen Palästinenser, aber dass sie dann nicht in der Lage sind, auch diese Gräueltaten der israelischen Armee zu verurteilen. Und das ist drei Viertel Meinungen der Weltengemeinschaft. Entschuldigung. So, jetzt Frau Korenke, Sie waren ja im letzten Ausschuss, im Universitätsausschuss, und Sie haben einen Satz gesagt, und das hat mich sehr beeindruckt, und ich habe Ihnen auch da geantwortet. Sie haben gesagt, jeder kennt meinen Standpunkt und weiß, wer ich bin. Und ich weiß es auch eben über die Presse, wir kennen uns nicht, aber ich kenne Ihren Standpunkt, das ist gut. Und Sie haben gesagt, ich mache mir Sorgen um muslimische Jugendliche, dass wir sie nicht vielleicht abgeholt haben und dass diese Stimmung so ist, wie sie ist. Und wir müssen alle an einem Strang ziehen, dass diese Situation eben nicht so ist, wie sie ist. Und da habe ich Ihnen zugestimmt. Und ich habe Ihnen auch gesagt, ja, wir auf jeden Fall sind einverstanden mit dieser Forderung und habe Ihnen auch gesagt, die palästinische Gemeinde in Hessen, mit denen ich dann auch anschließend einen Termin hatte, die gesagt haben, ja, wir sind bereit, auf die israelische Gemeinde hier und natürlich auch auf die jüdische Gemeinde zuzugehen, aber wir brauchen natürlich Menschen, die das auch vermitteln. Wir brauchen Vermittler in der Gesellschaft, nicht Spalter, nicht Etzer. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie dieses Angebot annehmen, sagen, dass sozusagen diese Trille, eine Forderung oder was heißt eine Forderung? Ein Wunsch der palästinischen Gemeinde in Hessen ist, dass Frankfurt eine Städtepartnerschaft mit Bethlehem eingeht, so wie mit Tel Aviv, wo auch viele palästinische Muslime und Christen leben. Und Sie möchten natürlich gucken, dass eine trilaterale Begegnung zwischen den Städten Tel Aviv, Bethlehem, Frankfurt herzustellen. Und das ist der richtige Schritt in unserer Gesellschaft. Etwas zu tun, nicht zu sagen und zu sagen, ja, wir wollen hier Frieden, Freude, Eierkuchen, aber dann keine Schritte zu unternehmen und dann andere dafür zu diskreditieren, weil sie eine andere Meinung haben, aber nicht in der Sache selber. Ja, in der Sache sind wir uns doch alle einig, dass Hass auf wen auch immer, in dem Fall jetzt auf Juden, einfach nicht hinzunehmen ist. Deswegen fordern wir auch den Magistrat dazu auf, eine palästinensisraelische Friedensinitiative in Frankfurt zu initiieren, hierzu Gespräche mit Vertretern der jüdischen sowie der palästinensischen Gemeinde in unserer Stadt aufzunehmen. Und im Hinblick auf das friedliche Zusammenleben in unserer Stadt rufen wir alle Frankfurter und Frankfurter unabhängig von deren Herkunft, Religion oder politischen und weltanschaulichen Überzeugung zur Besonnenheit sowie zu einem friedlichen und respektvollen Umgang miteinander auf. Krieger aus anderen Regionen, egal wo diese stattfinden, dürfen uns nicht auseinander dividieren und erst recht nicht auf unseren Straßen ausgetragen werden. Das war auch übrigens meine Rede vorletzten Samstag, dass wir gesagt haben, eine Kundgebung ist dann nur eine friedliche Kundgebung, wenn wir nicht gegen andere hetzen und wenn diese friedlich verläuft. Und das war der Fall. Alle Menschen guten Willens rufen mir dazu auf, den Dialog zu suchen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Spirale der Gewalt im Nahen Osten durchbrochen wird. Wir in Frankfurt können unseren Teil zu Menschlichkeit und Verständigung beitragen.